Ich liebe Bergen und ich glaube, du wirst das auch. Ich heiße Robert, bin 37 Jahre alt und komme aus Deutschland. Seit neun Jahren wohne ich jetzt schon in Bergen und heute zeige ich dir mal meine drei Lieblingsorte hier in der Stadt. Wir sind jetzt im Brüggensmuseum, direkt an der UNESCO-Weltkulturerbestätte Brüggen. Und weil ich schon immer sehr an Geschichte und Archäologie interessiert war, ist das hier einer der absoluten Lieblingsplätze in der Stadt. Und hier das allerbeste, die Runenstäbe. Mittelalterliche SMS. Die Stadt hat immer wieder gebrannt und jedes Mal wurde dann die Kaikante weiter nach vorne verschoben. Heute ist die ungefähr hier. Das war jetzt viel Information, jetzt habe ich auch ein bisschen Hunger. Hier sind wir im Nurnespark, einer von vielen grünen Lungen in der Stadt. Und hier gehe ich gerne, um einfach mal zu entspannen, die Aussicht zu genießen, das Wasser, die Boote. Und ja, es mir gut gehen zu lassen. Jetzt bin ich auch satt und muss mich ein bisschen bewegen. Und deswegen gehen wir jetzt da rauf. Aber mir schweißt keinen Preis. Jetzt sind wir oben angekommen, auf dem Stolzegleifen. War sehr anstrengend, aber die Aussicht ist es jedes Mal wert. Ich mag Bergen so gerne, weil es groß genug ist, dass man alles hat. Und klein genug, dass man überall leicht hinkommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.